Sie hören Mortal Engines – Krieg der Städte von Philip Reith Aus dem Englischen von Nadine Püschel und Gesine Schröder Gelesen von Robert Frank Ein Hörbuch des Argon Verlags Teil 1 – Die Jagdgründe Es war ein dunkler böiger Nachmittag im Frühling Und im ausgetrockneten Bett der Nordsee eröffnete London die Jagd auf eine kleine Schürferstadt In besseren Zeiten hätte sich London mit so kläglicher Beute gar nicht abgegeben Die mächtige Traktionsstadt hatte auf weit größere Siedlungen Jagd gemacht Vom Rand der Eisöde im Norden bis hinunter an die Küste des Mittelmeers Doch dann wurde jede Art von Beute allmählich rar Und London hatte die hungrigen Blicke größerer Städte auf sich gezogen Zehn Jahre hatte es sich versteckt In einer nasskalten Hügellandschaft weit im Westen Die nach Auskunft der Historiker-Gilde einst die Insel Großbritannien gewesen war Zehn Jahre musste es sich auf dem verregneten Flecken Erde Von winzigen Agrardörfern und statischen Siedlungen ernähren Doch jetzt, endlich, hatte der Oberbürgermeister verkündet Es sei Zeit, über die Landbrücke in die großen Jagdgründe zurückzukehren London war noch nicht weit gefahren, als die Speer der Stadt Von ihren hohen Aussichtstürmen jene Schürferstadt entdeckten Die zwanzig Meilen voraus an der Salzkruste nagte Den Londonern kam es wie ein Zeichen der Götter vor Und selbst ihr Oberbürgermeister, der weder an Götter noch an schicksalshafte Zeichen glaubte Hielt es für einen guten Auftakt der Reise gen Osten und befahl die Verfolgung aufzunehmen Als die Schürferstadt die Gefahr bemerkte, drehte sie ab Aber Londons gewaltige Raupenketten hatten schon Fahrt aufgenommen Bald rumpelte die Stadt in vollem Tempo voran Ein Berg aus Metall mit sieben Lagen wie eine Hochzeitstorte Die unteren Decks waren in Abgase gehüllt Auf den oberen schimmerten die teuren Villen Und noch darüber glänzte auf der Kuppel der St. Pauls Kathedrale ein goldenes Kreuz 600 Meter über der verheerten Erde Tom putzte in der Naturkundeabteilung des London Museum die Exponate, als es begann Er spürte das verräterische Zittern im metallenen Boden Und als er aufschaute, schwangen die Delfin- und Walmodelle leise quietschend an ihren Aufhängungen hin und her Tom machte das keine Angst Er hatte sein ganzes 15-jähriges Leben in London verbracht und kannte die Regungen der Stadt Er wusste gleich, dass sie den Kurs wechselte und Fahrt aufnahm Ein Schauder überlief ihn, das uralte Jagdfieber, das jeder Bewohner Londons kannte Es war Beute in Sicht Tom ließ Pinsel und Staubwedel fallen und legte eine Hand an die Wand, um den Vibrationen der Maschine nachzuspüren, tief unten im Bauchraum seiner Stadt Ja, da war es Das tiefe Wummern der zugeschalteten Hilfsmotoren, wie ein Trommelschlag, der ihm durch Mark und Bein ging Boom, boom, boom Am Ende des Saals sprang die Tür auf Und Chudley Pomeroy kam hereingestürzt, das Toupet verrutscht und das Gesicht krebsrot vor Empörung Was in Quarks Namen? Polterte er und starrte zu den schaukelnden Walen hoch Ausgestopfte Vögel ruckten und hüpften in den Vitrinen, als wollten sie die Jahre der Gefangenschaft abschütteln und zum Flug ansetzen Gehilfe Matsworthy, was geht hier vor? Eine Jagd, Sir Sagte Tom und fragte sich, wie es Pomeroy fertigbrachte, als zweiter Oberster der Historiker-Gilde nach all der Zeit an Bord dieser Stadt ihren Herzschlag nicht deuten zu können Muss was Tolles sein, erklärte er Alle Hilfsmotoren laufen, das ist ewig nicht mehr passiert Vielleicht haben wir endlich mal Glück Pah, schnaubte Pomeroy und zuckte zusammen, als die Glasscheiben der Vitrinen im Takt der Motoren zu zittern und zu sirren begannen Über seinem Kopf schwang das größte Exponat im Saal, ein Wesen namens Blauwal, das vor tausenden von Jahren ausgestorben war, wie eine Kinderschaukel an den Stahltrossen hin und her Das mag ja sein, Nightsworthy, sagte er Dennoch wünschte ich, die Ingenieursgilde würde sich endlich durchringen, unser Museum mit anständigen Stoßdämpfern auszustatten Die Exponate sind äußerst empfindlich, das ist indiskutabel, gänzlich indiskutabel Er angelte ein getüpfeltes Taschentuch aus den Tiefen seiner langen schwarzen Robe und trocknete sich die Stirn Ach bitte, Sir, sagte Tom Könnte ich kurz zu den Aussichtsterrassen laufen und... ... ... ...